Im brasilianischen Sao Paulo wird am 5. März 2023 die Leiche eines 68-jährigen Mannes gefunden. Die ermittelnde Polizei stellt schnell fest, dass es sich bei dem Todesfall um einen Mord handeln muss. Und das Opfer selbst ist kein Unbekannter. Bei dem Mann handelt es sich um den berüchtigten Serienmörder Pedrino Matador. In den 80er Jahren wurde er in Brasilien zu einer Berühmtheit, als er zu über 120 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Neben Delikten wie Diebstahl wurden ihm damals 71 Morde nachgewiesen. Pedrino selbst behauptet allerdings, mehr als 100 begangen zu haben. Im Alter von nur 9 Jahren sei Pedrino laut eigenen Angaben von zu Hause abgehauen und sei seither auf sich allein gestellt gewesen. Sein Vater sei nicht nur alkoholabhängig, sondern auch gewalttätig gewesen. Pedrino schlägt sich mit Raubüberfällen durch und lebt in Hotels. Im Alter von gerade einmal 11 Jahren habe er da zum ersten Mal einen Menschen umgebracht. Er habe einen Drogendealer nach einem Konflikt mit einer Schusswaffe ermordet. Darüber hinaus kursieren Gerüchte, er habe im Alter von 14 Jahren den stellvertretenden Direktor seiner Schule erstochen, nachdem dieser ihn zu Unrecht bestraft hatte. Darüber hinaus soll Pedrino im Alter von 18 Jahren seinen eigenen Vater, wegen dem er sein Elternhaus verlassen hatte, umgebracht haben. Laut entsprechenden Mythen, die sich inzwischen um die Person Pedrino Matador ranken, soll er seinem Vater das Herz entnommen und ein Stück davon gegessen haben. Inwiefern Mythos und Realität hier wirklich etwas miteinander zu tun haben, vermag ich nicht zu beurteilen. Im Alter von 19 Jahren wird Pedrino zum ersten Mal verhaftet. Noch während er im Polizeibus zum Gefängnis transportiert wird, begeht er seinen nächsten Mord und bringt unbemerkt vom Personal einen Mitgefangenen um. Insgesamt wird er wegen mehrerer Morde zu mehr als 120 Jahren Haftstrafe verurteilt. Doch während er inhaftiert ist, wird in Brasilien ein neues Gesetz erlassen, laut dem eine Haftstrafe nicht länger als 30 Jahre andauern darf. So kommt Pedrino Matador trotz der ganzen Morde 2007 wieder frei. Von 2011 bis 2018 wird er nochmals inhaftiert, nachdem er zuvor einige Jahre als Hausmeister gearbeitet hat. Nach seiner erneuten Freilassung wendet er sich der Religion zu und teilt auf seinem YouTube-Channel Pedrino-Ex-Matador-Komm-Jesus, der immerhin mehr als 25.000 Abonnenten hat, kurze Videos aus seinem Leben. Er schwört, von nun an keine Verbrechen mehr begehen zu wollen und setzt sich gegen Gangkriminalität ein. Er tritt als Redner auf und ist sogar ein Podcast zu Gast, in dem er über seine kriminelle Vergangenheit erzählt. Nur wenige Tage vor dem Mord hatte er seinen genauen Aufenthaltsort in den sozialen Netzwerken gepostet. Im März 2023 wird er nun auf offener Straße im belebten Sao Paolo von mehreren Schüssen getroffen. Zwei Verdächtige sollen ihn, während er vor einem Haus auf einem Stuhl gesessen habe, kurz zuvor angesprochen haben. Auch Pedrinos Nichte sei vor Ort gewesen, dann aber von den beiden Männern weggeschickt worden. Einer der Männer habe eine Clowns-Maske, der andere eine OP-Maske getragen. Der erste Mann schoss viermal auf Pedrino. Der zweite soll ihn daraufhin mit einem Küchenmesser die Kehle durchgeschnitten haben. Die mutmaßlichen Schützen können fliehen und springen in einen Volkswagen, der mit einem laufenden Motor am Straßenrand steht. Bis zu der Aufnahme dieses Videos sind die beiden Verdächtigen und der Fahrer des Fluchtwagens noch immer nicht gefasst worden. Eigentlich befindet sich an dem Ort, an dem Pedrino ermordet wurde, sogar eine Überwachungskamera. Doch laut der Polizei sei diese ausgerechnet zum Zeitpunkt des Mordes nicht intakt gewesen. Für die Ermittler stellt die kriminelle Vergangenheit Pedrino Matadors natürlich eine große Herausforderung bei der Suche nach den Verdächtigen dar. Immerhin ist die Liste der Personen, die an Pedrino Rache üben wollen könnten, bei über 100 mutmaßlichen Morden scheinbar endlos. Auch sei der Unmut vieler Menschen darüber, dass Pedrino in seinen letzten Lebensjahren Profit aus seinem Leben als Serienmörder schlug, groß gewesen. Die Polizei betrachtet den Mord am Serienkiller als eine Art Hinrichtung. Es habe im Vorfeld jedoch keine offen ausgesprochenen Drohungen gegen ihn gegeben. Die Ermittler geben jedoch an, sie hätten schon zahlreiche Informationen zu den Verdächtigen sammeln können, die sie aus taktischen Gründen noch nicht an die Öffentlichkeit weitergeben könnten. Es bleibt also spannend, ob die Mörder des Serienmörders bald gefasst werden können. Wenn ihr euch generell für True Crime interessiert, von neuen Entwicklungen, Fällen erfahren oder öfter kurze Dokumentationen zum Thema anschauen möchtet, lasst doch gerne ein Abo da. Auf diesem Fall gibt es regelmäßig Fallupdates und Minidokus, während ihr auf dem Hauptkanal wie gewohnt längere Videos findet. Ich freue mich wie immer über euren Support durch ein Abo und ein Gefällt mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.